Hallo Leute, mein Name ist Marty Grower und herzlich willkommen zu der Wrestling News. Die Themen heute Verletzungsupdate zu allen möglichen Wrestlern, unter anderem auch zu Jeff Hardy. Außerdem könnte Ric Flair demnächst bei All Elite sein und der Rated R Superstar Edge könnte kurz vor seinem In-Ring Comeback stehen. Natürlich beginnen wir auch heute wieder mit Unlimited Wrestling. Da stehen wir nämlich kurz vor der zweiten Show. Nächste Woche Samstag ist es soweit und das wird ziemlich krass. Erstmal also hier die Ankündigung für den Main Event des Abends. Und zwar wird hier antreten Bad Bones John Klinger gegen Fast Time Mudo. Natürlich auch ein Qualifikationsmatch um den Unlimited Titel. Ebenfalls für die Leute, die uns auf Facebook folgen, die haben es schon gesehen. Matze, also mein Bruder, der ist jetzt erstmal in Pause, baut ein Häuschen und sowas alles eher in Richtung Familie. Deswegen macht er jetzt erstmal vom Wrestling ein bisschen Pause und ja, damit stehe ich ja für dieses Event ein wenig alleine da. Aber natürlich habe ich mir gleich Unterstützung gesucht. So wird es nämlich Martin Guerrero zusammen mit Crowchester gegen die Brüder des Nordens geben. Dann habe ich euch in der letzten Newsausgabe erzählt, dass Okada einer der Fackelträger für die Olympischen Spiele und das Olympische Feuer sein wird. Aber er ist nicht der einzige Wrestler, der dieser Ehre zuteil wird, sondern der Great Muta wird das Ganze ebenfalls machen. Also hier wieder ein Wrestler, der das Ganze hier vertreten darf. Dann hat der ehemalige WWE-Superstar Alex Riley jetzt bekannt gegeben, dass er wieder ins Wrestling-Business einsteigen möchte. Beziehungsweise sogar wieder in den Ring steigen will. Er hat eigentlich 2016 seine Karriere beendet, ist aber jetzt wieder gewillt, voll durchzustarten. Hatte darüber natürlich auch schon geschrieben über Social Media und natürlich gingen die Leute gleich ab. Von wegen, geh nicht zu NXT, geh nicht zu WWE, sondern lieber zu All Elite. Woraufhin er twitterte, dass das eine ziemlich gute Idee ist. Ob das allerdings umgesetzt wird, werden wir natürlich in den nächsten Wochen sehen. Dann habe ich heute mal ein Verletzungsupdate zu allen Leuten, die momentan verletzt sind. Beginnen erstmal mit Jeff Hardy. Dieser ist zwar momentan nicht verletzt, also ist, der war verletzt, ist aber aus seiner Verletzungspause theoretisch wieder raus. Ist aber jetzt gerade in Pause, um seine ganzen privaten Sachen auf die Reihe zu kriegen. Ihr wisst ja, Jeff Hardy ist ja nun einige Male durch Alkohol am Steuer und so weiter da mit dem Gesetz in den Konflikt gekommen. Und deswegen hat man ihn jetzt erstmal pausiert, damit Jeff Hardy erstmal mit seinem Leben wieder klarkommt. Dann Samoa Joe, da hatte ich ja schon in der letzten News-Ausgabe, dass dieser seine Schiene am Daumen nicht mehr hat und demnächst wieder zurückkehrt. EC3 ist momentan in Pause geschickt, wegen einer Gehirnerschütterung, die man einfach extrem auskurieren lassen möchte. Übrigens Infos, was ich von EC3 halte, findet ihr in meinem Figuren-Review-Video, was viele immer nicht checken. Das Figuren-Review-Video ist eigentlich ein Video zu dem Typen und nebenbei zeige ich die Figur. Aber ich erkläre eigentlich, was ich momentan von dem Typen halte, wie der gepusht wird und so weiter und so fort. Das heißt, das ist eigentlich ein Blick wert. Jinder Mahal ist aktuell auch pausiert, der sollte eigentlich nur bis Januar ausfallen. Dann hat man das Ganze aber auf November gelegt und November war ja jetzt schon, das ist immer noch nicht passiert. Der weiß man also auch ziemlich wenig. Dann haben wir noch Elias, der ist voll wieder einsetzbar, wird aktuell ja eher in Zwischensegmenten benutzt. Aber er kann Matches machen, hat er auch schon Dark-Matches, also der ist voll wieder da. Naya Jax und Ruby Riott trainieren momentan im Performance-Center auf ihr Comeback, also die sind eigentlich auch so weit wieder fit. Xavier Woods ist ja noch wegen seinem Riss in der Achillessehne verletzt und das wird auch noch bis Mai nächsten Jahres so weitergehen. Und Lars Sullivan fällt bis Juni 2020 aus. Also auch da eine ziemlich lange Pause. All Elite's neuestes Roster-Mitglied Chris Statlander hat darüber gesprochen, dass sie kurz davor war, bei der WWE einen Vertrag zu unterzeichnen. Eigentlich war das Ding schon so weit klar, aber dann kam kurz davor noch All Elite um die Ecke und hat ihr sogar ein bisschen mehr Geld geboten und natürlich auch einen viel besseren Einsatz. Wie die Tatsache, dass sie sofort in den Shows eingesetzt wird, ist ja jetzt auch Nummer und Retender und das ist ja ziemlich nice. Denn die WWE hätte sie natürlich erstmal ins Performance-Center gesteckt und ewig ausgebildet, bevor sie dann bei NXT gelandet wäre und das ging halt für sie so ein bisschen schneller. Obwohl die beiden immer älter werden, wollen sehr viele Leute immer noch das Match Undertaker gegen Sting. Und dieses Match ist zwar momentan nicht geplant, aber der Stinger hat jetzt in einem Interview bekannt gegeben, dass jedes Mal, wenn es um ein Undertaker-Match geht, jedes Mal, wenn es Richtung WrestleMania geht, wartet er eigentlich nur auf den einen Anruf. Dann würde er sofort ins Gym gehen, sofort sich auf den Kampf vorbereiten und dann könnte er das machen. Das heißt, er hätte Bock drauf. Er würde also für dieses Match aus seinem Karriereende raustreten und dieses Ding auf jeden Fall auch noch machen. Das heißt, nicht nur die Fans haben Bock, sondern der Stinger hat auch Bock. Jetzt ist nur noch der Taker und Vince McMahon, die den Ja sagen müssten. Dieses Jahr bei WrestleMania 35 kam ja der Doctor of Thuganomics John Cena in den Ring und hat quasi so ein kleines Segment gemacht, war ja kein richtiges Match. Trotzdem war er halt da. Und für WrestleMania 36 plant John Cena auch wieder etwas Besonderes. Man weiß zwar noch nicht was, aber er plant auf jeden Fall trotz seinen ganzen Filmsachen, die er gerade am Laufen hat, bei WrestleMania 36 mit dabei zu sein. Dann ist es jetzt zum ersten Mal passiert. Zum ersten Mal in den Wednesday Night Roars hat NXT mehr Zuschauer als All Elite Wrestling. NXT hatte nämlich diese Woche 795.000 Zuschauer und All Elite hatte 683.000 Zuschauer. Das heißt, das erste Mal in zwölf Wochen, dass NXT auch auf dem normalen Sender, zur normalen Sendezeit vor All Elite liegt. Das ist natürlich ziemlich krass, gerade weil jetzt auch immer mehr Gerüchte im Internet sind, dass All Elite sehr wenig Tickets verkauft, dass so viele Reihen bei All Elite frei bleiben und so weiter und so fort. Das mag auch alles stimmen, trotzdem sind die Zahlen immer noch sehr gut. Übrigens, sehr interessanter Funfact. Diese Woche bei Raw war die letzte live aufgezeichnete Raw Episode in diesem Jahr und damit auch in der Dekade. Das heißt, in den letzten 10 Jahren. Wir haben 2019, Dezember. Das heißt, jetzt endet ein 10-Jahres-Teil quasi. Und wie sich die Einschaltquoten, die Popularität von der WWE in der letzten Zeit gewandelt hat, ist echt krass in den letzten 10 Jahren. Denn die erste Raw Episode 2010, die hatte über 5 Millionen Zuschauer. Die letzte konnte sich ganz, ganz knapp nur über der 2 Millionen Marke halten. Was da einfach mal für ein Abfall passiert ist in den letzten 10 Jahren, ist extrem krank. Natürlich haben sich auch viele Zuschauer aufs Internet verlagert, aber ein Haufen ist halt in den letzten 10 Jahren einfach abgesprungen. Übrigens auch mal recht interessant, wie sind eigentlich die Einschaltquoten in Deutschland von Raw und SmackDown? Raw hatte letzte Woche 240 und die Woche davor 270.000 Zuschauer. Und SmackDown hatte letzte Woche 180.000 und die Woche davor 220.000. Das heißt, wir befinden uns aktuell in Einschaltquoten von 270.000 bis 180.000. Das ist für deutsche Verhältnisse immer noch ziemlich nice, wenn man sich überlegt, dass nicht mal alle von denen meinen Kanal abonniert haben. Nicht mal alle von euch haben meinen Kanal abonniert. Das kann natürlich nicht sein, deswegen auf jeden Fall noch ein Abo dalassen. Dann hat man jetzt bekannt gegeben, dass ab sofort in Frankreich NXT ganz normal im Fernsehen ausgestrahlt wird. Und das kann uns ja theoretisch egal sein. Aber NXT im Free-TV in Frankreich ist ja höchst interessant. Ob man das jetzt als Anstoß nimmt, um NXT vielleicht auch noch in anderen Ländern ins ganz normale Fernsehen zu bringen, ist natürlich nicht bekannt. Trotzdem könnte das natürlich gemacht werden. Auch in Deutschland bleibt damit die Frage, wird man NXT demnächst vielleicht irgendwann auch in Deutschland vielleicht auf ProSiebenMax oder so gucken können. Denn eigentlich wäre es schon ganz geil. Dann habe ich euch ja in der letzten News-Ausgabe gesagt, dass Kofi Kingston zusammen mit New Day einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Kofi Kingston hat ja einen 5-Jahres-Vertrag unterzeichnet. Und er meinte jetzt in einem Interview, dass es sein kann, dass das die letzte Vertragsverlängerung von ihm generell sein könnte. Er weiß nämlich auch, wie anstrengend das ist, on the road zu sein die ganze Zeit. Bei TRC zum Beispiel war er nur Montag zu Hause und musste Dienstag schon wieder los. Gerade auch, weil SmackDown ja dann aufgezeichnet wird, die Pay-Per-Views ja dann Sonntags sind und so weiter. Das ist halt extrem anstrengend. Und generell reisen die WWE-Superstars ja nun mal eine ganze Menge. Aber Kofi ist nun mal ein Familienmensch und meinte deshalb auch, er hat schon so viele wichtige Termine, wichtige Ereignisse verpasst. Das ist eigentlich schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Deswegen meinte er jetzt, es könnte also sein, dass in 5 Jahren bei ihm denn so langsam Ebbe sein würde. Beziehungsweise geht ja jetzt bei der WWE, dass man den Vertrag dann langsam runtersetzt und die ganzen Auftritte auch ein bisschen runterschraubt. Dann nochmal ein Update zum Vorfall von Dash Wilder letzte Woche bei SmackDown. Wo dieser ja bei seinem Entrance gestolpert ist. Das Ganze könnte man jetzt auch nehmen, um aus The Revival ein komplettes Comedy-Gimmick zu machen. Das ist natürlich nicht ganz so klug, da The Revival in Ring mäßig ziemlich gut sind. Aber es ist nicht das letzte und erste Mal, dass sowas passiert ist. Wir könnten also jetzt kurz davor stehen, dass man The Revival komplett auf die Comedy-Schiene bringt. Deren Verträge laufen ja noch ein paar Monate. Und alle wissen schon, die werden nicht bei der WWE bleiben. Also könnte man entweder die noch so lange benutzen, wie man sie hat. Oder man könnte sie auf die Bank schieben, wo ja viele andere auch sitzen. Oder man macht sie quasi zu Witzfiguren. Was hier einfach passieren kann. Ehemaliger UFC-Fighter Kane Velasquez hat ja bei der WWE unterschrieben. Und hatte aber bisher auch nur ein Match, beziehungsweise noch ein zweites, bei einer mexikanischen Haus-Show. Jetzt könnte aber beim Royal Rumble sein In-Ring-Comeback stattfinden. Denn so ist es aktuell geplant. Also bis zum Rumble erstmal nichts von Kane Velasquez. Aber denn beim Rumble könnte er eingesetzt werden. Dann habe ich noch was zu Ric Flair. Denn Ric Flairs WWE-Vertrag läuft jetzt aus. Also jetzt noch die nächsten zwei Wochen. Und dann ist Ritze. Und klar, Ric Flair ist kein In-Ring-Talent mehr. Obwohl er von ärztlicher Seite Bams nehmen dürfte. Ja, wird er dafür nicht benutzt. Und ja, ist ja auch kein richtiger Vollzeit-Wrestler mehr. Was ja auch völlig in Ordnung in seinem Alter ist. Aber er ist immer noch eine riesen Wrestling-Legende. Und ja, Ric Flair ist auch sehr gut befreundet mit der Kane-Familie. Die nun mal jetzt All Elite besitzt. Das heißt, wenn die WWE es nicht schafft, den Vertrag von Ric Flair zu verlängern. Also den Legenden-Vertrag und ihn halt öfter mal hier und da zu zeigen. Könnte es sehr gut möglich sein, dass Ric Flair in Richtung All Elite unterwegs ist. Da könnte er als Manager fungieren für irgendeinen Superstar. Oder von mir aus auch für die Show. Was ja auch nicht mehr so schlecht wäre. Und ja, so könnte es also sein, dass wir gleich wieder eine große Wrestling-Legende bei All Elite sehen. Dann eine Riesen-Meldung und extrem krass. The Rated R Superstar Edge hat einen neuen WWE-Vertrag unterschrieben. Der beinhaltet, dass Edge auch im Ring zurückkehren kann. Das heißt, dass die WWE theoretisch ihm von dieser Verletzung, die er hat, von dieser Nackenverletzung, die auch Daniel Bryan hatte, dass er theoretisch jetzt wieder einsetzbar wäre. Vertragsmäßig ist dafür also alles gegeben. Edge könnte jederzeit zurück in den Ring steigen. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass das auch passiert. Aber dass es theoretisch möglich ist, ist eine ziemlich krasse Sache. Ja, Freunde, da war es das auf jeden Fall erstmal für heute mit den News. Vielen Dank fürs Einschalten. Daumen nach oben, Abo dalassen, Glocke aktivieren und Kanalmitglied werden. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ja, momentan ist einfach bei mir viel Stress, weil ich mich ja komplett um Unlimited kümmere. Aber das wird richtig nice. Die Show wird absolut großartig. Das wird so eine kranke Wrestling-Show. Und alles, was wir demnächst noch geplant haben, wird einfach nur krass. Morgen werde ich nochmal eine richtige Preview dazu machen. Zu dem Unlimited-Event. Und ja, dann checkt das auf jeden Fall aus. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein bis zum nächsten Mal und ciao.